Tja, was soll ich sagen? Dach 2 Richtung Schachhaus. Extrem müde Beine. Ordentlich Muskelkater. Also man braucht nur einen kleinen Lockerungslauf. Halbe Stündchen. Am Pillebach entlang. Tja, die Beine werden nicht locker. Aber das war ja zu erwarten. Huiui. Mal sehen. Tja, es wird nur ein langer Weg. Aber das größte Leid. Und hier ist ja schon. Tja. 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 Tja.